so für mich direkt next try für euch die nächste folge schön dass ihr mit dabei seid meine freunde wir sind bei plants versus zombie und schauen mal ob wir die rache des doktor evil whatever überleben wir brauchen ja immer eine eine schildeschote eine frost auf tisch um seinen angriffen entgegenzuwirken das wissen wir ja naja gut manchmal muss man so ein bisschen panikmäßig versuchen halbwegs alles gleich zu verteilen wenn es denn möglich sein sollte so jetzt bückt er sich wir brauchen immer einen freien topf um jeweils die schildeschote und oder das andere reinzulegen den können wir natürlich weg brennen wir slow noch mal alle sehr schön dieser lane fehlt noch ist dann durch popcorn ansonsten der kann hier ganz gut sitzen und melone fehlt hier natürlich auch noch so alle lanes haben melone also ist das relativ egal wo der nächste hier geht na was willst du machen frost nein doch er will frost machen so jetzt müssen wir wieder dafür sorgen dass überall einer frei ist der kommt direkt in etha feiern mit dir tschüss hier noch ein weil man weiß aber nicht wo er es hinten setzen möchte so an seinen augen können wir direkt erkennen was er macht er macht feuer setzen dagegen er ist jetzt sogar noch eingefroren kriegt noch nur auf die fresse keine ahnung ja das zählt dazu ach schade ich wollte eigentlich nochmal einfrieren auf dieser lane fehlt es dann auf dieser hier auch auf der hier auch quasi nahezu auf allen dafür hat er hier doppelt doppelt das kleine verschwindet der hat uns das letzte mal fertig gemacht deswegen lassen wir das mal ich hebe ein bisschen die töpfe auf wenn er wieder los legt so erwähnt so erwähnt auf dieser lane ne auf der rüber aber bei dem frosting ist das egal schön ja ganz gut kassiert sind schon über ein viertel rüber so die beiden haben wir und der wurde so erledigt perfekt aber wenn es einen eulen bus macht oder dergleichen ist es immer ganz ratsam wenn man noch ein paar töpfe übrig hat ralapäne ralapäne ah jetzt habe ich ihn gestunt als er gerade gebuttert Also gebuttert heißt im Großen und Ganzen gestankt. So, da kommt auch schon der LKW. Dafür haben wir uns ja die Töpfe aufgehoben. Ich versuche den hier oben mal wegzumachen. Der ist ein bisschen nervtönig, weil er so schnell ist. Wie kommt der Stun noch mit drauf? Butain, komm schon! Funktioniert nicht, aber der Damage ist ausreichend. Ich habe leider nur einen Freeze, deswegen konnte ich da jetzt gerade nichts gegen machen. Den muss ich mir halt aufheben für den Boss. Ob das einem gerade gefällt und oder nicht. Was machst du? Feuer oder Eis? Er macht Feuer, also mache ich Eis. Eis, Eis, Baby. Beim Eis friert halt noch ein und kriegt noch richtig schön von meinem gesamten Team eins auf die Fresse. Wir haben dreimal Chili-Schoten on mass, deswegen werden wir hier schön zack. Weil die Pogos müssen wir sowieso immer. Weil die springen über mein gesamtes Team rüber und werden halt nur durch meine... ...Rasenmäher aufgehalten. Ich mache den hier weg. Ich hoffe, er kriegt den Rest. Ne, nicht ganz. Schade. Aber macht nix. So. Wieder vier Pütte aufhalte, falls er wieder seinen LKW in die Masse schmeißt, der Sack. Warte mal ganz kurz, ja? Lass doch mal mein Team auf dich ballern. Und dann am besten gleich noch ein bisschen. In dieser Phase kassiert er gerade richtig gut. So. Er will Eis. Dann mache ich Feuer. Und nochmal? Ja, perfekt. Sogar nochmal eingefroren. Na, das wäre verschwendet gewesen. Wäre 50-50, hätte ich gesagt. Ob wir das noch durchkriegen? So. Aha. Dann kommt auch schon der LKW. Wird direkt neu gepflanzt. Es fehlt auf beiden Lanes anstern. Ich mache mich einfach mal weg. Genau wie den Kollegen hier. Sehr schön. Hier fehlt noch ein Stun auf der Lane. Aber jetzt fehlt hier halt auch der Blumentopf. Ah, perfekt. Da ist er auch schon. Aha. Jetzt ist er weg, mein Freund. Und hier ist gerade wieder was im Gange, was mir nicht gefällt. Geh mal weg. Aber da kommt schon wieder die nächste Jalapeno. Erstmal einfrieren. Schön, dass er richtig auf die Fresse kriegt. So. Dreiviertel haben wir durch. Wir sparen wieder ein bisschen. Was haben wir denn hier so? Hier kann eine Melone mit hin. Kriegen wir noch? Ja, perfekt. Ich riskiere es einfach mal, die beiden wegzunehmen. Mit der letzten Jalapeno. Aber da kommt schon die nächste. Perfekt. Und Da müssen wir was einfrieren hier. Und einfrieren, damit du richtig auf die Fresse kriegst. Und Leute, zeigt, was ihr könnt. Und einfrieren. Da kriege ich direkt den nächsten. Lass mich hier mal eine Jalapeno mit reinbannern für dich. Unten auf der Lane. Das machen. Und ich riskiere ihn einfach nochmal einzufrieren. Vielleicht schaffen wir es sogar durch. Schauen wir es. Komm, komm, komm. Oh ja. Ich habe nicht gerade gesehen, dass die Jalapeno richtig Damage angemacht. Einfach riskiert. Sehr geil. Oh, Frieden. Hier, Flucht und so. Aufgeben. Jetzt habe ich es. Das war ein bisschen schwierig. Ist ja auch schon der zweite Versuch gewesen. So. Ja, meine lieben Freunde. Das war die Rache des Dr. Zombos. Ja, Sammeltrofäe. Wir müssen nur noch eins machen. Und das ist Schlittenfahrt. Schlittenfahrt ist mein Horror. Ich habe schon mal 40 Minuten anprobiert. Das eine Mal. Und jetzt probieren wir das nochmal. Aber erst in der nächsten Folge. Wisst ihr, wie das läuft. Macht es also gut. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch das gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben dalassen. Euer Midnight. Bis dahin. Ciao.